Hier bin ich wieder, die Mia. Ich habe mich ja schon bei euch vorgestellt und wollen heute einen kleinen Rundgang machen im Schülerclub. Den Draußenbereich kennt ihr ja schon auf unserer schönen Terrasse. Im Sommer freue ich mich auf jeden Fall mit euch hier draußen zu chillen und dann gehen wir auch schon rein. Tretet ein. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alles schon. Ich fange einfach mal hier an. Ich denke, ihr kennt auch unsere Auswahl an Brettspielen und ich freue mich auch total, wenn es mal kalt ist oder so mit euch drin was zu spielen. Hier ist im Moment noch unser Arbeitsplatz. Es ist auch echt langweilig ohne euch. Dann gehen wir mal weiter. Im Moment sortieren wir noch ein bisschen was aus, damit es, wenn ihr dann wieder da seid, alles schick ist. Und hier kommen wir zur Küche und ich freue mich total auf das gemeinsame Kochen. Jetzt zwar noch virtuell, aber dann bestimmt auch wieder mit euch zusammen. Und hier zu unserem Kicker. Im Moment noch ein bisschen langweilig alleine, aber ich freue mich darauf, euch fertig zu machen. Und dann gehen wir auch schon hoch. Hey, jetzt sind wir oben in dem Ruheraum. Ihr wisst, Schuhe ausziehen und nicht rumtoben. Und sonst ist der nur für euch. Kommt rein. So, hier haben wir den Fernseher mit der Playstation. Ich denke, die Jungs wird das interessieren. Ihr könnt eine Runde zocken bei uns. Sonst könnt ihr euch natürlich hier ausruhen und sparen. Ich finde es einen echt schönen Raum. In der Bild- und Mädchen-Runde wird das wahrscheinlich hier stattfinden. Ich freue mich auch schon total, mit euch hier auch Zeit zu probieren, Filme zu schauen, ein bisschen zu quatschen. Und bin sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch hinbekommen, spätestens im Sommer. Sehr gut. So, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020